Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Spleng zu Silent Hill. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier in dieser komischen Mall angelaunt und haben hier in dem Juwelierladen gespeichert. Allerdings, ja, wir sind in der alternativen Welt und gucken wir nochmal hier draußen, was das hier noch was Sache ist. Wir haben Sherry tatsächlich gesehen, aber sie ist wohl in den Fängen einer religiösen Sekte. Was? Was ist denn jetzt los? Boah, wie erschrocken. Was ist denn das jetzt? Was ist das jetzt? Das ist ein Bosskampf oder was? Oh Gott, ja, tatsächlich. Ahaha, okay. Interessant, wir gucken uns mal hier... Oh! Eieieieieieiei. Okay. Oh, was ist das denn? Guck mal, da ist ein Gewehr. Da ist ein Gewehr, nimm das bitte, Harry. Oh, ein Jagdgewehr, jawohl. Stell dich mal hier hin. Oh. Okay. Ein Jagdgewehr. Oh mein Gott. Okay. Ähm. Ah, da. Alter. Okay. Ich bleib mal hier auf dem Metall, weil es ist hier irgendwie Sand. Ich verdammt. Das Vieh geht halt sehr schnell weg. Na? Alter. Okay, und schieß. Okay, wir haben es getroffen. Ähm. Okay, interessanter Bosskampf auf jeden Fall. Ich glaube, wir bleiben mal im... Äh, ja, verdammt. Okay. Wir haben es getroffen. Sehr gut. Wo kommt es? Wo ist es? Da ist es. Okay, und weg da. Okay, dreimal getroffen. Haha. Nice. Okay, das ist ein Bosskampf hier. Reload. Okay. Wir haben eine neue Waffe gekriegt. Ja, das ist natürlich schon... Wow. Okay, da. Ah. Okay, ich glaube, wir müssen tatsächlich auf diesem Metallding bleiben. Alter. So, und schießen. Wie viel hältst du aus? Sag mal. Wie viel hält das Ding aus? Alter. Ah. Schieß weiter drauf. Ach. Verdammt. Wow. Das war interessant. Aua. Danke. So. Ah. Ich verballere, glaube ich, Munition. Man kann nur einmal draufschießen hier. Wow. Aha. Sehr nice. Okay. Blah. Bläh. Was? Oh nein. Was? Was ist jetzt? Aha. Okay. Das Ding ist abgehauen. Alles klar. Oh mein Gott. Wir haben den Bosskampf. Das war ein Zwischenboss oder sowas, ne? Aha. Mit dem letzten Schuss Munition. Mit bei der letzten Siebskraft hier. Oh mein Gott. Aber wir haben ja noch die Schrotflinte, ne? Mau, Mau, Mau. Steckt. Wir haben ja noch die Schrotflinte. Warum laufe ich denn nicht da bedrohen? Ja, okay. Sie ist auf jeden Fall abgehauen. Gibt es hier noch irgendwas für uns hier? Samtig auf jeden Fall hier. Okay. Das war mal interessant. Okay. Wir laufen hier nach. Alles klar. Ähm. Okay. So. Ähm. Was ist jetzt? Was ist das denn? Ach du Scheiße. Das ist eine Motte oder so. Oh Gott. Iiii. Ein Fliegevieh. Um Himmels Willen. Äh. Äh. Nein. Das war tatsächlich kein... Okay. Ähm. Ja. Alles klar. Äh. Alles klar. Wo geht es jetzt hier weiter? Wo geht es jetzt hier weiter? Ähm. Wo sind wir hier überhaupt? Immer noch im... Okay. So. Also hier ist zu. Okay. Das war richtig ekel. Ah. Das war so ein Fliegevieh. Ne? Ja. Okay. Ähm. Was ist jetzt die Frage? Guck mal. Windmühlen. Okay. Was ist jetzt hier los? Okay. Das ist jetzt eine... Wieder ein sehr großer Bereich hier. Oh Gott. Mir schwant Übles. Mir schwant echt Übles, Freunde. Okay. Ah da. Da kommt wieder irgendwelche... Irgendwelche Fliegedinger. Da ist ein Hund. Aua. Warum können jetzt hier die Hunde... Mann. Lass mich doch in Ruhe. Verdammt nochmal. Nein. Das ist noch ein Hund. Ah. Gutes Willen. Das spielst echt schwer. Das spielst echt nicht einfach. So. Der Hund ist weg. Ja. Danke. Ich lauf voll rein. Alter. Orange hier. Wo bleibt es denn? Ach. Okay. Los. Weg hier. Da ist es. So. Na ja. Toll. Danke. Da ist es. Mann. So. Wie geht es uns? Uns geht es noch gut. Okay. V-Load. Und noch 16 Schuss. Frage ist jetzt halt, wo müssen wir hin, ne? Ach guck mal. Und wir sind wieder... Okay. Ähm. Okay. Alles klar. Ähm. Gut. Das heißt, wir sind jetzt wieder hier draußen. Äh. Um Gottes Willen. Müssen wir vielleicht zur Polizeistation? Oder was ist jetzt hier? Ne, ne. Ich lauf einfach. Kommt. Ne, ne. Ich guck mal vorne bei dieser... Alter. Das sind die Fliegefiecher, ne? Ja, das sind die Fliegefiecher. Ähm. Ist hier irgendwo ne... Bei der Polizeistation. Hier. Gibt's hier irgende... Oh. Und diese Affen hier. Nein. Nein. Ach nee. Lass mich doch in... Oh. Ach. Ähm. Wir sind fast tot wieder, ne? Ach du Scheiße. Gut. Bei der Polizei ist nix. Ähm. Ja super. Ganz toll. Alter. Junge, 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 Junge. Polizei ist nix. Okay. Schade. Kein Polizeirevier für uns. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja brutal hier. Okay. Wir gehen zum... Zum Post Office nochmal. Ähm. Ich hoffe, dass wir hier durch können. Ähm. Du. Wiege Ding. Kann das Ding mal abhauen, bitte? So. Alter. Mann, 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 Mann. Das sind so viele Gegner hier. So. Äh. So, was ist jetzt hier? Das sind noch mehr. Aua. Ja. Ihr seid echt toll, ne? Können wir vielleicht hier oben jetzt was machen? Auch nicht. Okay. Hey, wo müssen wir jetzt hin? So, was? Du nervst mich. Das Ding nervt mich. Wartet, wartet mal. Mann. Das Ding nervt. Puh. Aua. Wo müssen wir hin? Sagt mal. Wo müssen wir hin? Wartet mal, ey. Verdammte Scheiße. Ähm. Wartet mal. Da muss doch irgendwas in der Polizeistation. Äh. So, aus Versehen auf den Escape-Con aufgekommen. Da muss doch irgendwas in dieser blöden Polizeistation sein. Wartet mal, Freunde. Wir gehen nochmal dahin. Wir gehen nochmal zurück. Irgendwas muss noch da in der Polizeistation sein. Ja, danke. Ja, danke. Ihr komischen, äh, komischen, äh, komischen Viecher, ihr. Bäh. Das ist halt widerlich. Das ist wieder die Zeichen. Aber Endlust-Money habe ich tatsächlich für die Shotgun jetzt auch nicht mehr, ne? So, Polizeirevier. Gibt es hier kein... Wartet mal. Wir müssen doch in das Polizeirevier können. Die Shit. Hier muss man doch rein... Okay, danke. Meine Güte, ey. Wir sind in einem Polizeirevier. Ah, jawoll. Oh, oh, und Munition. Viel Druck. Was ist das? Messer. Und noch, noch Pistolen-Munition. Die haben wir auch ewig nicht mehr gefunden. Geil. Okay. Polizeirevier, Freunde. Oh, Resident Evil Style. Resident Evil ist größer. Nein. Klemmen beide. Warum klemmt ihr? Komm hier rein. Schade, da kann man nicht hinter... Das war alles? Ah, Speicher. Okay. Den nutzen wir. Juwelierladen, weil wir haben den Boss geschafft. Und, äh, ja. Okay. Äh, ähm. Die Frage ist jetzt... Wartet mal. Da oben rechts ist alles abgesperrt, ne? Müssen wir vielleicht wieder ins Krankenhaus? Zu dieser Lisa? Zu dieser Krankenschwester? Weil wir sind jetzt in der alternativen Welt. Und das versuche ich jetzt mal. Wartet mal. Ähm. Wir stapfen mal ins Krankenhaus. Mal gucken, ob ich damit richtig liege. Der Vermutung. Aber gut, dass wir hier in dem Polizeirevier waren, ey. Da haben wir ein bisschen Munition mitgenommen. Und abgespeichert vor allem. Sehr gut. Also das war wohl optional. Okay. Ähm. Wir stapfen mal zum Krankenhaus. Mal gucken, was ist da... Ja, ihr komischen Zombie-Affen hier. Mein Gott. Ihr Krankenhaus, 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 Krankenhaus. Krankenhaus. Ha. Wunderbar, meine... Alter, nein. Rein da. Ich lauf einfach. Ich lauf einfach. Mein Gott. Okay, wir können hier nochmal hin. Können wir vielleicht... ...die Sache mit dem... Ah, das klemmt. Okay. Ah. Können wir hier rein? Jawohl. Können wir jetzt vielleicht die Sache mit der... ...mit der Flasche nochmal bringen? Oh, nee. Okay. Da ist aber eine Katze. Sie wirst... ...goldrichtig. Schön, dass du okay bist. Danke, Gott, du kamst zurück. Ich war schaust, dass ich hier allein sein soll. Ich bin jetzt hier. Ich war auch schuldig. Ich bin wirklich froh, dass du dich sehen kannst. Lisa, kannst du mir erzählen, wie du nach dem Rücken gehst? Der Rücken? Du gehst den Bachmann-Rug. Der Rücken ist blockiert. Das ist der einzige Weg, da raus zu gehen. Du bist sicher? Da muss ich noch eine andere Weg geben. Warte! Ich habe gerade etwas erinnern. Was? Es gibt eine Wasserwerke von meiner alten Schule. Es hat sich seit Jahren verabschiedelt. Es gibt einen Tunnel untergrund, für inspektionen oder etwas. Ich erinnere mich zu hören, dass es bis zum Meer geht. Was? Du denkst, dass ich nach dem Meer kommen kann? Ich habe noch nie gesehen, also ich bin nicht positiv. Außerdem, dann stopp, um die Leute rauszukommen. Wenn es eine Chance gibt, muss ich versuchen. Harry, nicht weg! Ich möchte nicht alleine sein. Es ist so schrecklich, ich kann es nicht halten. Wie geht es mit mir? Das ist nicht sicher. Das ist nicht sicher. Ich kann dir nichts sagen, aber ich werde mein Bestes, um dich zu schützen. Nein. Ich fühle mich nicht, dass ich nicht wegzunehmen. Oh, Harry. Ich bin so Angst. Ich bin schäuert. Schau, warte mal hier ein bisschen länger. Ich werde wieder zurück, als ich meine Frau finde. Harry? Warum geht sie nicht mit? Also, was? Diese Spiellogik. Warum geht sie einfach nicht mit? Gehst du nochmal zurück? Gehst du nochmal zurück? Jetzt komm mit, Mädel. Warum willst du hier nicht... Die ist weg. Wie die ist jetzt weg? Hä? Okay. So, dann probieren wir das doch jetzt nochmal. Ob da hinten zufällig dieses... Dieses... Toll! Na, wir kommen gar nicht mehr rein. Oh, shit. Ja, gut. Okay, egal. Ähm. Gut. Das heißt, der einzige Ort, der jetzt noch übrig ist, ist dieser purische Wasserturm da oben. Hä? Mädel, wenn's dir so scheiße geht hier, warum kommst du nicht einfach mit uns, ey? Mann, 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 Mann. Also, echt, Mann. Ist das ja wohl. Die Höhe. So, hier ist jetzt Ruhe. Was ist denn das jetzt hier wieder für... Oha. Oha, Freunde. Oh, und ich hab vergessen, meine Uhr anzumachen. Ja, ganz geil. Wartet mal gerade. So, da bin ich wieder. Ähm. Ja. Also... Ich hab kurz vergessen, meine Uhr anzumachen. Aber ist in Ordnung. Ähm. Hä? Was ist denn jetzt hier passiert? Das sieht jetzt total anders aus. Okay. Ähm. Das ist der einzige Weg. Hahaha. Na gut. Gehen wir hoch da. Ähm. Gehen wir hoch. So. Was ist denn hier? Na gut, gehen wir hoch da. Was ist denn hier? Ach du Scheiße, was ist das denn? Au. Boah. Was ist... Ihhh. Wie eklig. Eine Larve. Um Himmels Willen. Okay. Ähm. Wir bleiben einfach mal in Bewegung. Kamera kommt bitte hinter mich. Verdammt. Das geht nicht. Wir ballern einfach drauf los hier. Wir ballern einfach drauf los hier. Okay. Okay. Alter, wir sind rot. Okay. Aua. Äh. Lauf. Lauf. Oh Gott. Also wir dürfen uns nicht von dem Gift treffen lassen, weil es zieht extrem viel ab, so wie es aussieht. Ähm. Ja. Ah. Das trifft uns aber auch immer. Ah. Was ist das? Killig. Wow. Wow. Okay. Wir sind orange. Wir haben noch drei Schuss. Äh. Acht Schuss von dem Ding hier. Okay. Einfach in Bewegung bleiben. Und. Schieß. Au. Oh. 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 Wieder rot. Also da gehen unsere Verbandskästen langsam aber sicher drauf hier. Alter Schwede, ey. Boah. Was für ne Mucke hier. Lauf. Jawoll. Schieß. 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 Boah. Boah. Wie viel hält das Vieh aus? Das ist ja nicht mehr normal. Wie viel hält du aus? Au. Boah. Boah. Widerlich. Widerlich ist etwas. Ah. Okay. Wir haben keine Position. Ja. Na toll. Das Jagdgewehr und Nachladen. Wir haben noch sechs Schuss. Shit. Ähm. Oh shit. Ich weiß nicht, ob die Muni ausreicht. Einfach mal eine bessere Position finden. Und dann drauf schießen. Au. Das hält so viel aus. Na danke. Ah. Mann. Okay. Wir haben es geschafft. Alter. Äh. Wie jetzt? Hm? Hm? Lol. Okay. Krass. Wir sind jetzt wieder. Okay. Ähm. Alles klar. Wir sind jetzt wieder in einer normalen Welt. Komischerweise. Was haben wir denn jetzt hier noch zu tun? Wartet mal. Was haben wir denn? Schloss klemmt. Okay. Wir sind jetzt wieder in der normalen Welt. Ja toll. Wir haben noch drei Schuss für die. Und äh. 15 Schuss für die. Und das war's. Ach. Super. Wobei. Echt. Aber okay. Wir haben diese. Komische Mod. Oder was das mittlerweile war. Erledigt. Ja. Sehr schön. Frage ist. Wo müssen wir jetzt hin? Wo müssen wir jetzt hin? Ähm. Vielleicht bei der Brücke irgendwo. Da ist nämlich noch ein roter Punkt. Hm. Sind wir hier richtig? Jawohl. Ähm. Alles klar. Dann laufen wir mal weiter hier schön. Vielleicht bei der Brücke. Ähm. Hier. Genau. Vorne. Ähm. Ich hoffe zumindest wenn wir so richtig sind. Leute. Mann. 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 So. Was haben wir jetzt hier irgendwo? Einen Weg? Ah. Rechts. Guck mal. Guck mal rechts. Ist das hier oder was? Ah ne. Hier kommt man ja nicht. Hier könnte man ja nichts machen. Das ist ja diese komische Brücke. Ähm. Okay. Alles klar. So. Hä? Wie jetzt? Was soll... Das muss das Wasserwerk sein, das Lisa erwähnt hat. Achso. Achso. Ja stimmt. Was haben wir... Haben wir uns jetzt hier hin... Wie geil. Wir haben uns einfach hier hin teleportiert oder was? Lol. Ja krass Freunde. Okay. Ähm. Da würde ich sagen... Ist abgeschlossen. Hm. Das Schloss ist ausgeleiert. Das Schloss ist ausgeleiert. Ich kann es vielleicht mit einem kräftigen Schlag aufbrechen. Mit einem kräftigen Schlag aufbrechen. Ah. Okay. Ähm. Ah. Mit der Axt draufhauen oder was? Wartet mal. Mit der Axt hier. Ich wusste, dass wir die irgendwo für brauchen. Mit der Axt... Leider nein. Oder? Ah doch. Hahaha. Sehr schön. Okay. Das hat geklappt. Na ja. Geile Axt hier. Piu. 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 Ähm. Gut. Dann wechseln wir mal wieder die Waffe auf die Pistole. So. Und dann... Alles klar. Geh hier rein Harry. Oh nein. Oh nein. Huch. Okay. Es ist eine Leiter. Ach um Himmels Willen. Bitte keine Kanalisationen. Nein! Ich hasse Kanalisationen. Ah, okay. Geh die Leiter runter. Verdammt ey. Es war klar, dass wir irgendwann... Eine Kanalisation bekommen... Oh nein, ich hasse das. Aber hey, die ist gar nicht so wässrig wie die anderen Dinger. Oder? Nö, die ist leer. Okay, interessant. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Gibt es hier eine Karte von? Ne, leider nicht. Was steht da? C1? C1, okay. Ach du Scheiße. Boah. Ist der Dibel oder was? Da bin ich gerade voll da dran. Was? Was ist das? Wir sind aber in der normalen Welt. Wir sind nicht in dieser Psycho-Welt. Was ist das, Mann? Was ist das hier? Das sind so... Ah, Kiefer. Okay, Kiefer. Ja, äh, lauf. Ah, okay. Boah. Wie geht's uns eigentlich? Neon. Warte, lauf. Was ist... Iiiiih, was ist das denn? Boah, wie viele Gegner sind denn hier? Verdammte Scheiße. Was ist das? Was ist das? Okay, nimm bitte den Hammer wieder in die Hand. Das ist ja wieder nicht. Auf. Uh. Gut. Mach die kaputt. Alter, Schwede, ey. Die sind rot. Haben Sie Glück nach Heilung. Aua. Ah, das sind so komische Käfer hier. Ah. Ekelig. Aber die Käfer kann man hier auch, ne? Ne, ne, die kleinen kann man nicht kaputt. Aber, iiiih, ey. Widerlich. Was hier alles rumfreucht. Gott, ey. Um Gottes Willen. Tch. Ah, ja. Okay. Ähm, dann. Gehen wir auf die andere Seite. Ach, ist ein Riesengebiet hier wieder. Okay. C1. Was? Um Himmels Willen. Gibt es denn hier gar nichts an? Da kommt wieder einer. Direkt weg damit. Los. Danke. Mann. Ekelhafte Käfer hier, ey. Ach. Insekten. Ich hasse ja Insekten. Oh, ja. Ah, da liegt Budi. Sehr gut. Munition kann man immer gut gebrauchen. So, Gewehrmunition. Für das Jagdengewehr. Sehr gut. Kann man da vielleicht auf dieses Boot da? Kanalisation, ey. Kanalisation, ey. Ja. Ähm, gehört halt in Spielen dazu, aber ich mag sie halt nicht. Ah, schaut euch das an. Wie geil. Oh. Ah, was ein Traum. Munition für alle Waffen. Und ein Tonic. Ihr seid wieder nett zu mir hier. Ach, sehr schön. Kann man da irgendwas machen? Leider nein. Okay. Ähm, ein Moment. So, da bin ich wieder. Ähm. Ja gut. Wir haben aber auch jetzt schon, äh, nicht mehr so viel Zeit übrig, leider. Aber, wir haben den, wir haben den Bonus scheinbar hier mitgemogen. Da bin ich jetzt mal gespannt, ja. Das heißt, auf der anderen Seite dieser Kanalisation ist auf uns wartet. Ähm. Auf jeden Fall die Gegner hier sind. Aha. Keep out. Da kann man rein. Okay, da gehe ich aber erst mal wieder zurück. Weil, ähm, ich möchte die andere Seite noch kurz checken bis zum Ende. Ob es hier noch irgendwas für uns... Toll, hier gibt es zwei Wege. Aber das ist abgeschlossen. Sehr schön. Okay. Alles klar. Dann gehen wir mal da hinten rum. Voll gegen die Tür batzen. Ja, ja, das ist geil. Und, äh... Okay, dann ist es sowieso... Äh, dafür noch wesentlicher. Okay. Aber wir können... Gehen weiter. Okay. Mein Gott, was für eine Kanalisation ist. Aha. Okay. Meine Uhr hat geläutet. Das heißt, liebe Freunde, wir müssen die Folge beenden, leider. Ähm. Ich will mal kurz, ob wir hier irgendwo einen Punkt haben, wo wir gut beenden können. Ach, das ist ja wieder sowas von perfekt. Speicher. Oh mein Gott. Okay. Sehr gut. Ähm. Alles klar. Ja, Freunde. Ähm. Dann würde ich mal sagen, ähm... Wie es hier in der Kanalisation weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ähm. Ja, würde ich sagen... Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Äh, würde mich sehr freuen, dass ihr jetzt gerne auf den Kanal. Und, ähm, ja. Wie gesagt, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, natürlich noch einen schönen Abend. Oder schönen... Ach. Tschüss, tschüss.